Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Holtzermap in Holtzermap Krimi. Ja, it's Krimi-Time. Hey, wir haben hier so ein bisschen was zu tun. Ich will was machen, ja. Was wahrscheinlich nicht so realistisch ist, aber... Wenn wir so einen Bräutenwende haben, müssen wir da hinten so ein bisschen Manöhr eben... Gucken, ob wir das so ein bisschen da wegkriegen. Wenn's denn klopft, wie's kloppen soll. Sagen wir ganz einfach, wie's ist. Ich weiß es noch nicht. Ja, IAC ist ein bisschen dreckig. Und ist leider nix dran Marke, ne. Renault hat ich gewaschen. Hab mir dann mal so einen Schädel gemerkt, ne. Ja, ja, ja. Und hoffe, dass das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir werden sehen. Was anderes können wir gerade eh nicht mehr haben. Ähm, aber jetzt eben Kassalle. Ich wollte da eben zwischendurch wieder was wegsammeln. Das fahren wir aber auch wieder auf die Wiese drauf, weil wir das ja heuen wollen. Aber dazwischendrin, da kotzt ja nicht. Nicht mit meinem Wendemoped, ne. Deswegen muss man sich da mal so ein bisschen gedenklichs machen. Wie kriegst du's am besten hin? Wir haben hier echt Probleme. Uncool. Ja, mal gucken, ob wir's hinkriegen. Mach mal eben an den Hubel. Hier könnten wir noch zur Notform. Aber jetzt sammeln wir ihn weg. Ja, geht einigermaßen nicht gut, aber das geht. Sagen wir, wie es ist. Wie können wir es wenden, ne? Oh. Ich hätte mich verschaltet. Darf ich nicht? Ja, nochmal. In Strangie. Bist du das auch aus? Danke. Danke. So geht's einigermaßen, ne. Oh, das ist ein bisschen dick der Haufen. Hoffentlich kriegen wir das ausgestreut vernünftig, ne. Ich hätte schneller fahren müssen, ich Idiot. Ne, beim nächsten Mal. Jetzt hör ich euch, sind wir gerade so zusammen. Ich will das halt hier in den Weg sammeln. Wenn es denn... Oh, jetzt... Hat er denn was anderes reingesammelt, wie er sollte, der Donnerschlag? Wird wohl gar nicht gut. Hier muss man auch in den Weg sammeln, ne? Wie? Habe ich hier falsche... Prognostizion? Oh, oh, oh. Er schafft das aber. Ist das wie ein Kliegeres gemäht? Wieso hast du das wie ein Kliegeres gemäht? Kannst du mir das bitte mal erklären? Da war doch gar kein Klieg. Na, hier geht's, weh? Ist ja eh nur die kleine Ecke wegsamma. Oh, komm rum, Jung! Der Reste kann dazu nur liegen bleiben, ne? Ähm, ja. Ist jetzt nicht so professionell, wie man denkt, aber... Ist es im Moment die beste Lösung, wenn wir sonst hinterher ein Problem kriegen, ne? Sagen wir, wie es ist. Sagen wir, wie es ist. So können wir es aber beiseite sammeln und haben dann nicht, dass man Löhr, dass uns das da alle reinfliegt. So wollte ich es gerade formulieren, ne? Ja, ja, ja. Hier könnten wir aber auch zum Moment Wender langfahren, ne? Müsste, glaube ich, gerade zu gehen. Ja, hier ist es breit genug. Wenn der IAC dann heute mitspielt, wird das auch irgendwie klappern. Ja, jetzt nochmal hier. Lad mal aus die Schose. Lad mal aus die Schose, danke. Also geht's. Erstmal. Ja, wo ein Willi da auch ein Weg, ne? Das muss man... Jetzt sind ja Tugel schworgen geworden. Schick dran. Ja, muss gehen. Ja, ich bin auch nicht zufrieden mit der Lösung, aber man geht gar nicht. Ja, der ist. Was willst du machen? Irgendwie muss man sich behelfen. Und wenn man da so einen Malheur macht wie ich. So, jetzt haben wir ein Stück... Wir brauchen ja auch mal eben ein Bildchen noch, ne? Ah, der zieht scheiße aus. Wir müssen aussteigen. Ähm... Damit ihr auch wisst, worum es geht, ne? Druck! Aber so können wir, ähm... Laut Order am Riese und Eva Zweig... ...hoffentlich vernünftig wenden. Man hätte es wahrscheinlich... Ja, taktisch klüger. Wie willst du es als taktisch klüger machen? Ne, man hätte es mit Aufbereiter mähen können und... ...hät es direkt in die Heutrocknung gefahren, ne? Aber... ...an unserem Mähwegen schalten wir den Aufbereiter nicht ein. Ne, wollen wir nicht mitspielen. Sagen wir, wie es ist. Deswegen lasst das mal, wie es ist. Und dann ist das schon ganz gut. Ja, aber bevor wir den Laudebonger jetzt reinstellen... ...halten wir ihn hier an. Das sieht ja nix. Ne, das geht wohl. Den Nachbarn, die wollen hier unten. Ach... Mach mal einen Harten an, dann siehst du sofort. Die Nachbarn wollen ja hier heute nicht lang. Dann passt das. Den müssen wir auch gleich mal waschen. Hatten wir nicht irgendwo eine zweite Pieke? Wir haben nur zwei Pieken. Ich bin mir doch ziemlich sicher. Haben wir jetzt nur noch eine? Ach, die habe ich hier hintergeräumt, dich Idiot, ne? Ah, da liegt es auch gut. Schick, oder? Ja. Ja, ja. Ähm... Ja, wir wollen mal sehen, ob wir einen Bekleber auch hier hergestellt kriegen. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das weiß ich noch nicht. Jetzt schmeißen wir eben draußen hin, was hier drin ist. Das wollen wir jetzt nicht für extra installen. Und wir brauchen nicht so Zeit für, ne? Können wir ja hinterher wieder einsammeln. Ja, 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 ja. Wo können wir das denn? Ach komm, dann schmeißen wir das eben in die Mulde. Brauchen wir die Mulde im Moment? Pss, 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 pss. Wieder da rein? Nein, natürlich nicht. Danke dafür. Ähm... Die räumen wir später wieder weg. Schick. Irgendwas ist ja immer... Hoffentlich klappt das jetzt, wie ich es mir vorstelle. Da bin ich mir nämlich auch gerade nicht so sicher. So, laut Adam Riese und ich werde es wirklich so ziehen irgendwo rauskommen, ne? Mach mal eher. Guck mal. Perfekt. Unser Schippel füllt sich. Äh... Unsere Piekel. Was willst du gerade mehr, ne? Wie geht überhaupt rein in die Kälber? Häuptverwärtschen! Weiß das nicht. Die läuft noch schön, ne? Die kriegen ordentlich weiter. Das läuft, glaube ich, auch noch, ne? Und das hat aber nicht viel weggeballert, ne? Ach, guck mal. Da kommt Dings raus. Okay. Kälber... Wir haben doch hier irgendwo ein Kälber... Kälberäutig. 1000 Liter gehen da nur rein. Okay. Alles klar. Ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Weil wir müssen ja auch mal so ein bisschen vorproduzieren, ne? Nicht immer nur dumm kickelt, nix was, sondern auch mal machen, ne? Und ich glaube, dafür muss ich eben die Interaktionen wieder anmachen. Dass wir auch sehen, wo wir das reinschütten müssen. Aber normal, muss doch da oben rein, oder? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Let's do this. Langsam. Hören wir eben an. Guck mal jetzt noch, ob der was ange... Oh, der ist was angekommen. Guck mal. Aktivieren. Oh, der ist aber ganz schön laut, der Vogel, wa? Guck mal, das läuft, oder? Tipptopp. Siehste? Füllstand, gleich erreicht, dann hören wir auf. Zack. Ein bisschen halt auch. Läuft. Ehrlich. Das haben wir auch geregelt. Wenn dat... Wenn dat läuft, dann läuft, ne? Guck mal. Boah, der produziert aber razzi-fazzi, du. Junge, da brauchst du doch mal nicht lange laufen lassen. Ähm, ja, das räumen wir später weg. Und ich wollte ich gleich eben an der Seite fahren, aber wir müssen erst den Renault noch wieder aus dem Weg stellen, ne? Ja, alles ein bisschen eng hier auf dem Hof. Aber das stört mich nicht. Mähten die Lücke? Warum ist die zu? Stellen wir eben hier hin, ne? Gäste sind keine dort. Passe. Perfektor. Das haben wir auch entledigt. Regen soll's ausnahmsweise nicht geben, ne? Ich hab nochmal extra nachgeguckt, nachdem ich gemäht hab. Gibt's Regen? Naja, wir haben ausnahmsweise mal keinen Regen. Tiptop. Ne, dat läuft. So, dann fahren wir den eben da an der Seite. Haben wir den auch vor die Füße weg, ne? Weil der IAC, der muss mal gewaschen werden, ne? Irgendwie müssen wir uns noch einen Standort für den Ladewagen überlegen. Wahrscheinlich wieder hinten zur Bergwiese kommen. Aber wenn wir den jetzt wegbringen, dann sind wir wieder, beißen wir uns wieder nur in den Hintern. Wohlwegen, weiß ja, ne? Man kennt's ja. Vielleicht sollte ich einfach nur er drücken, ne? Geht viel besser. Junge, Junge, ne? Kannst du auch nicht mehr mitfahren, du? Unfahrbar die Kiste, so dreckig wie die war. Aber das ist, ne? Wenn du Leistung brauchst, dann nimmst du einen roten, ne? Und dann läuft der Laden. So, dat läuft. Dann müssen wir auch gleich schon zum Wenden los, ne? Sonst geht mein Plan nicht auf. Was heißt eigentlich MB? Ich weiß das gar nicht. Ich hab das schon mal nachgeguckt und hab's schon wieder vergessen, ne? Wie sieht's hier aus? Boah, läuft das schnell durch. Ratzi fatzi. Kannst du den Park so reinlaufen lassen. Aber wie gesagt, dann haben wir dat auf jeden Fall auch erledigt. Hier hatte ich einen Frontlader hingestellt, ne? Für den Winter werden wir uns noch irgendwie ordentlich was überlegen müssen, dass wir dat auch alle untergestellt kriegen. Betreidigschrot können wir den nicht selber herstellen. Hoffe ich. Aber normal ja, ne? Da werden wir auch noch ein Problem kriegen, ne? Wo lagern wir dat Zeug ein? Hm, 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 hm. Tada! Wie sie wissen, wissen sie nix. Weil da hab ich nämlich gar nicht drüber nachgedacht. Guck mal, unser Misthaufen füllt sich auch. Juhu, endlich klappt alles, wie es klappen soll. Tipitoppi, ne? Diese Kleinigkeiten, ne? Vor allem hab ich da nicht dran gedacht, ich bin ganz ehrlich. Dat läuft. Die müssten auch bald mal irgendwann Milch machen, ne? Dann sind wir auf jeden Fall safe. So, ob wir diese Folge noch losfahren? Lohnt sich irgendwie nicht, ey. Wir können die Wetten ja doch kommen. Nee. Ja komm, fahren wir eben los. Obwohl, dat machen wir nächstes Mal. Ne, dann brauch ich auch die Wendestufen noch nicht einstellen. Das machen wir nächstes Mal. Das muss ich gleich jetzt ins Dorf. Das ist ja kein Problem von uns. Guck mal. Der ist aber auch ratzfatz produziert, ey. Das ist richtig gut. Guck mal. Da brauchst du gar nicht da so lange rumhampeln, ne? Wenn der braust, schmeißt das da eben an und dann läuft der Laden durch. Tiptop. Okay, dann haben wir erstmal alles, liebe Leute. Ich sage erstmal danke fürs zu gucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.